Der Krieg ist längst vorbei. Du und die anderen Priester, ihr habt eure Mission erfüllt. Die Bürger haben vollstes Vertrauen in die Fähigkeit der Kirche, sie zu schützen. Runter mit dir! Ganz egal, was geschieht, du darfst auf keinen Fall schreien. Was nützt mir dieses Vertrauen, wenn es eine Lüge ist? Die Vampire haben uns angegriffen. Dein Bruder ist schwer verletzt. Wo ist Lucy? Sie haben sie mitgenommen. In Wahrheit gibt es keine Vampire. Such Lucy, bring sie nach Hause, aber versprich mir etwas, Bruder. Du musst sie alle umbringen. Sollten sie die Stadt verlassen, wird man sie unverzüglich aus dem Orden ausschließen. Ich habe keine Wahl. Einer von euch hat den Heiligen Schwur gebrochen. Schafft ihn her, tot oder lebendig. Sie haben eine neue Armee gezüchtet. Er hat es auf mich abgesehen und er hat es auf dich abgesehen. Ich hoffe, dass ich mich darauf verlassen kann. Schst, das ist eine Falle. Du kommst zu spät, Priester. Ihre Zeit ist gekommen. Du kommst zu spät, Priester. Vielen Dank.